Die Kampfzeit in der Schüler- und Jugendklasse betreten 5 Minuten, bei die Erwachsenen dann später 6 Minuten. So, also die Schiedsrichter sind bereit, die Seitenrichter auch, die werden heute die Kämpfe bleiben und machen das Auge drauf haben, dass es regelkomfort abgeht. Also, da haben wir das erste Kampfpaar, der Schwabimax aus Bayern, also aus München, gegen Würgeter Paul aus Maria Alt, geht schon zu Hitler. Das zweite Kampfpaar, der Arnold Matthias aus Rehogan, der kämpft gegen Hartl-Max aus Müttersee. Ja, da haben wir das erste Kampfpaar, der Schwabimax mit der Zeit 36 Minuten.